Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Litt, aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Es donnerte, es blitzte, und in die kurze Stille hinein sagte Böltun. Ich hoffe wirklich, Büri hat sich nicht in dir getäuscht. Du machst mir einen eher wenig belastbaren Eindruck. Böltuns Worte wurden von seinem Geröche begleitet und schienen sich mühevoll Silbe für Silbe aus einem blubbernden Stimmbandmorast befreien zu müssen, bevor sie ihm über die Läfzen kamen und sich zu einer Mopsstimme formten. Lennart sprang schreiend auf, seine Hand krampfte sich um den Brief, das Weinglas stürzte um und zersplitterte, Rotwein spritzte an die Wand, die Flasche kullerte über den Tisch an den Rand, fiel herab und zerbrach auf den Küchenfliesen. Pff, genau das habe ich gemeint. Du bist einfach nicht belastbar. Lennart schrie wieder und versuchte Abstand zwischen sich und dieses, dieses Teufelswesen zu bringen, das nun auch noch zu allem Überfluss einige Tippelschritte auf ihn zumachte. Pff, soll das jetzt den ganzen Abend so weitergehen? Hör zu, gerne groß. Kleine Hunde beleidigen darin, bist du gut. Aber sich mal wie ein Mann benehmen, das klappt wohl noch nicht ganz so. Oder wie soll ich dein erbärmliches Verhalten verstehen? Lennart wurde schwindelig. Du kannst nicht sprechen. Hunde können nicht sprechen. Niemals! Böltun setzte sich hin und kratzte sich unelegant mit dem Hinterlauf am Kopf. Ach, ist das so? Und wie erklärst du dir dann, dass ich es doch kann? Ich bin ein Hund, schätze ich. Das ist alles Einbildung oder ein Trick, was weiß ich. Vielleicht wäre ich verrückt. Böltun runzelte die Stirn. Nein, eigentlich das ganze Gesicht. Können wir uns jetzt mal wie Erwachsen unterhalten? Uns läuft die Zeit davon. Und du solltest das mit dem Wein zukünftig besser lassen. Warum? Warum läuft uns denn die Zeit davon? Lennart setzte sich auf dem Küchenstuhl etwas aufrechter hin. Weil ich nur sprechen kann, wenn ich mich in der unmittelbaren Nähe eines Gewitters aufhalte. Ach so. Natürlich. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Das ist ja logisch. Wie zur Bestätigung donnerte es draußen gewaltig. Das kann ich mir kaum vorstellen. Es ist Teil meiner Verwünschung. Ich bin nämlich kein Mops. Sonsan! Böltun machte noch einige Tippelschritte auf Lennart zu und setzte sich wieder. Bei einem Rottweiler hätte das bestimmt majestätisch gewirkt. Ich bin ein uraltes Wesen und durch einen Fluch gefangen in diesem Körper. Hm. Ich verstehe. Lennart nickte wild mit dem Kopf. Es donnerte wieder. Doch es klang bereits weiter entfernt. Es ist wichtig, dass du mir zuhörst. Du musst das Testament von Büri annehmen. Unbedingt.